Hallo liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels, ich bin der Egon Sonne und begrüße euch recht herzlich zu Let's Play Papers Please. Ich habe das Spiel im letzten Livestream vorgestellt und eure Reaktionen waren durchweg positiv, deswegen gibt es hier heute das Let's Play dazu. Bevor wir anfangen, würde ich gerne noch ein, zwei Worte zu dieser Spieleperle verlieren. Es ist ein Indie-Game, also ein independent entwickeltes Spiel, unabhängig von den großen Entwicklern und Publishern von Lucas Pope. Und wenn wir hier draufklicken, dann schauen wir uns mal kurz die Credits an, während ich noch ein, zwei Sätze zu dem Spiel verliere, bevor wir anfangen. Lucas Pope war ein Entwickler bei Naughty Dog. Die sind verantwortlich für das Action-Adventure Uncharted, also ein AAA-Game. Aber Lucas hat sich gedacht, Mensch, ich bin unzufrieden, wie das hier in der großen Spielebranche läuft. Ich habe tolle Ideen, die aber hier niemals umgesetzt werden können. Ich mache mein eigenes Ding und entwickle jetzt selbst Spiele. Gesagt, getan und er kam hier mit Papers, Please rum. Das ist nicht sein einziges Spiel, er hat noch zwei andere gemacht. Die findet ihr auf seiner Webseite, hier atucope ist, denke ich mal, sein Twitter-Account. Und auf paypal.se könnt ihr das Spiel auch erwerben, über Steam, Good Old Games oder aber über den Humble Store. Das Spiel ist ein, ich sag mal, Arbeitsliebens-Simulator. Ich bin eigentlich die ganze Zeit davon ausgegangen, dass es ein bloßes Puzzle ist. Also die Hauptaufgabe des Spiels besteht eben darin, Ausweise mit Dokumenten zu vergleichen, ob alles stimmt. Und eben zu entscheiden, ob diese Person jetzt über die Grenze darf oder nicht. Aber weit gefehlt ist es viel mehr. Es ist viel mehr. Es hat Story-Elemente ohne Ende. Ich habe jetzt einmal eine Partie durchgespielt. Das sind 30 Tage und ein Tag hat so 10 Minuten. Insgesamt hat mich das so um die 4-5 Stunden gedauert, gekostet. Nicht gekostet. Gekostet hört sich so negativ an. Es hat mich 4-5 Stunden sehr gut unterhalten und ich konnte am letzten Tag abspeichern und mich zwischen zwei sehr wichtigen Entscheidungen, zwischen zwei Optionen entscheiden, was ich machen werde. und habe da zwei Enden gesehen von 20 stand da. Also, man kann das Spiel auf verschiedenste Art und Weise spielen. Jede Entscheidung hat seine Konsequenz. Und das Tolle ist, dass man ja selbst so eine Überzeugung hat und Ideale, die aber hier in Frage gestellt werden. Das heißt, wir werden das Spiel auf jeden Fall im Story-Modus spielen. Endless ist noch gar nicht möglich. Endless wird erst freigeschaltet. Freigeschaltet werden wir den Story-Mode beenden und unseren Job noch haben. Das ist mir nicht gelungen. Ich habe meinen, ich habe jetzt nicht zu viel verraten. Wir werden den Story-Mode spielen. Einmal ganz normal, frei, je nach Gusto, die Entscheidungen treffen, um dann zu sehen, ob wir das irgendwie verbessern können oder anders machen können. Und jetzt fangen wir einfach mal an. In den Pausen, also ich werde während des Prozesses, während des Spielens nicht allzu viel sagen können, weil ich mich unglaublich konzentrieren muss, um hier nicht komplett beide zu gehen. Ich werde aber zwischen den Tagen noch das ein oder andere zu dem Spiel erzählen. Weil die Frage ist ja, warum ist das hier so eine Überraschungssit? Was hat das Spiel, was andere Spiele nicht haben? Wenn man jetzt jemandem erzählt, worum es da geht, sagt er ja, ja und das macht Spaß, wieso spielst du das denn? Und die Frage werden wir beantworten mit Spieletheorie. Story-Mode Ihr seht hier, ich habe ein Spiel schon gemacht, werden jetzt aber ein neues Spiel starten und das machen wir, indem wir anscheinend hier das alte löschen müssen. Oder nicht, ich weiß es nicht. Start a new game würde ich gerne. Back ist es schon mal nicht, da kommen wir hier hin. Story Zack Cancel Wie komme ich denn jetzt bitte wieder an mein erstes Spiel dran? Start a new game Seht ihr irgendwo einen Button, wo ich ein new game starten kann? Ah, jetzt, pass auf, pass auf Hoppla, jetzt war ich draußen. Ich hoffe, alles läuft. Drag to scroll Ja, das hättest du auch ein bisschen früher schreiben können. New, da ist es doch. Kommst du her? Kommst du her? Jetzt muss ich das wegmachen. Jetzt new. Wunderbar. Haha, tolle Startschwierigkeiten. Okay. Herzlichen Glückwunsch. Und die Oktober-Arbeitslotterie ist vollendet und wir, unser Name wurde gezogen. Das heißt, wir dürfen jetzt an dem, an dem Grenzposten der Krestin, der Krestin-Grenze, des Grenzpostens an der Krestin-Grenze hier arbeiten. Das freut uns natürlich, wir haben Arbeit und eine Wohnung wird uns gestellt, eine 8-klassige Wohnung für uns, unsere Familie in Ostkrestin. Ja, Glory to Arstotzka, ganz kurz, ich habe ja gar nicht gesagt, worum es mit dem Spiel geht. Also wir sind Grenzbeamter, ja doch Beamter, und des, des, ja, kommunistischen Ostblockstaates Arstotzka, also ein fiktiver Staat, im Jahre 1982. Das dürfte jetzt auch gleich nochmal zu sehen sein, genau der 23. November 1982. Jeden Tag sehen wir die Zeitung und die Nachrichten, also die Dinge, die in den Nachrichten auch dann gezeigt werden, haben auch Auswirkungen auf unsere Arbeit. Das erste ist eben, dass die Grenze hier aufgemacht wurde, nach sechs langen Jahren, und das Ministerium uns einstellt, um hier als Grenzbeamter zu arbeiten. Wir werden begrüßt vom Wachmann, denke ich mal, eigentlich noch nicht. Ach, das waren wir, die hier reingegangen sind, da schau her. Ja, so, ja, bekommen hier unsere Arbeitsanweisung vom Ministerium, ja, vom Einreiseministerium, vom Ministry of Admission, MOA. Und das ist das Siegel, das merken wir uns mal, denn später kann es sein, dass das auch gefälscht wird. Willkommen zu Ihrer neuen Position. Stemmeln Sie bitte die Pässe mit einem Visa ab, ja, und geben Sie die Dokumente zurück an die Einlassbegehrenden. Genau, der Einlass ist nur Arztotzkanern vorbehalten. Wir sollen alle Ausländer abweisen. Ja, glory to Arztoska. Das hier weiß ich Bescheid, das hier ist unser Inspectors Booth, unsere kleine Hütte, unser kleiner Verschlag, von dem aus wir arbeiten. Da kenne ich mich aus, hier sind nochmal die Nachrichten, das legen wir ab, machen den Laden auf, und dann seht ihr, dass hier gleich die Uhr läuft, wir arbeiten von 6 bis 6 und empfangen unseren ersten Kunden, Kunden sage ich mal. So, guten Tag, Papiere bitte, endlich kann ich nach Hause, sehr schön, Clark Ronan aus Arztotzka, ist noch gültig, sehr gut, du bekommst einen Stempel, approved, viel Spaß, wir kommen zurück. Wenn wir jetzt was falsch gemacht hätten, ja, wenn da was nicht gestimmt hätte, würde gleich eine Benachrichtigung kommen, zweimal dürfen wir es machen, beim dritten Mal kostet es Geld. Hallo, Sharona Karbova, du siehst mir nach Sharona Karbova aus, ja, dein Pass ist auch noch gültig, aber du kommst ja gar nicht aus unserem Land, du kommst aus Impor, da wollen wir natürlich nicht hin. Achso, hier, das Rulebook muss ich mal aufmachen, ach und ich vergesse immer hier auf Nixer zu klicken. Ähm, wir müssen schauen, dass, hier können wir sehen, ah, wo ist es, ja, genau, Arztotzkanische, da müssen wir gar nicht weiter gucken, die können wir abweisen. Am Anfang, im ersten Tag, der ist der einfachste, da können wir am meisten Geld noch verdienen und deswegen kann ich hier auch nicht ganz so viel reden. Es gibt nur drei Städte, die Pässe ausgeben und da müssen wir auch schauen, dass das mit den, äh, Angaben auf dem Pass übereinstimmt. Es gibt nämlich tatsächlich Leute, ja, die fälschen Pässe, um hier reinzukommen, man glaubt es nicht. Oh, es war ein Fehler, diesen Checkpoint zu öffnen. Ach ja, werden wir ja sehen. Aha, ich glaube an eine großartige Zukunft für Arztotzka. Ja, kommt aus Arztotzka, äh, stattstimmt, es sieht aus wie auf dem Foto, äh, gültig ist es auch noch, ähm, äh, Approved, natürlich. Ach ja, für alle, die das Spiel, ähm, schon mal gespielt haben, das ist die Vollversion, das ist nicht die Demo. Ich hab die Demo gezeigt im Livestream und in den Optionen, du kommst nicht aus Arztotzka, zurück mit dir, ähm, in den Optionen kann man einstellen, dass das Datum so angezeigt wird, also so wie wir das in Mitteleuropa auch kennen und nicht wie es voreingestellt ist. Das ist nämlich echt unglaublich, äh, äh, ja, schwierig dann zu spielen und dauert auch viel länger, weil man das Datum einfach, ja, sein ganzes Leben lang nur so kennt. Oh, Jeff, wehe, wo noch, stimmt, Frau, stimmt auch, ist gültig, äh, siehst aus wie auf dem Foto. Wenn man dann immer diese, äh, es gibt ja diese amerikanische Darstellung, dass erst der Monat dann der Tag zu sehen ist, ich glaub so ist das von Anfang an ausgestellt, äh, äh, eingestellt und das macht so einen Knoten im Kopf, ist unglaublich. Also es ist sowas von schwierig dann zu schauen, ob denn wirklich dieser, äh, Ausweis noch gültig ist oder nicht. Das sind ja dann nicht nur die Ausweise, sondern eben auch dann die, äh, Einreisegenehmigungen später. So, der Letzte, die Zeit ist abgelaufen, aber für den Letzten haben wir immer noch genügend Zeit. Republia denied, da ist es mir auch egal, aus welcher Stadt, in welcher Stadt dieser Pass erstellt wurde, denn er kann ja eh zurück. Das war der erste Tag, ganz einfach zum Einführen war das super. So, wir haben 30 Dollar Erspartes auf der Bank, wir haben heute 12 Leute abgefertigt, das hat uns, äh, pro, pro Mensch, pro Einersbegehenden 5 Dollar gebracht. Das sind insgesamt 60 Dollar, die wir bekommen, aber wir müssen halt Miete zahlen, die können wir nicht abstellen, die müssen wir jeden Tag zahlen, 20 Dollar. Essen kostet auch 20 Dollar für unsere Frau, unseren Sohn, unsere Schwiegermutter und für unseren Onkel, die alle bei uns wohnen, in unserem Klasse 8 Apartment. Und die Heizung, die Heizung können wir zum Beispiel ausstellen, um Geld zu sparen, genauso wie das Essen, aber das wird dazu führen, dass es unserer Familie nicht mehr so gut geht. Ihm wird kalt, sie haben Hunger, dann werden sie krank, wenn sie krank sind, brauchen sie Medizin, dann müssen wir Medizin bezahlen, sonst sterben sie. Also, wollen wir natürlich nicht. Also, wir können uns natürlich darauf anlegen, ja, das wäre interessant, vielleicht mal in einem späteren Durchlauf, aber im Moment, spiele mal das Spiel mal so, wie es gespielt werden will, wie ich es immer gerne zu sagen pflege. Wir gehen schlafen und begrüßen einen neuen Tag mit der Lektüre der Zeitung. Analystsabbiet, Increased Trade and Cooperation Predicted. Ah ja, Dialysten, Prophezei, einen vermehrten Handel und, ja, Corporation, also, ne, Unternehmen, ja, wir jetzt aufwärts gehen. Ah mein Gott, ich kann's, das Ding ist immer, bei mir, ich kann's so schnell übersetzen, weil, weil, äh, manche Begriffe im Englischen so und so immer drin sind, dass ich immer überlegen muss, aber es ist, ich mag hier nix, schön reden, ich kann einfach schlecht übersetzen. Christine Checkpoint, Success. Der Checkpoint in Christine ist ein Erfolg. Genau, äh, die Einreisebestimmungen sollen relaxter angegangen werden, also entspannen sich und auch Ausländer dürfen jetzt unser schönes Land besuchen. Sehr schön, da gehen wir wieder in unsere, in unsere Booth, in unsere, in unseren Verschlag. Inspektor. Ab heute dürfen auch Ausländer mit einem gültigen Pass einreisen. Ähm, die Inspection Hardware ist now installed, die finden wir hier unten. Wenn etwas nicht stimmen sollte, können wir die aufrufen, darauf hinweisen und mit dem Einlassbegehrenden reden. Genau, genau, checken, Inspect Mode kennen wir alles, ähm, Rules and Regulation, study the Rulebook closely, das werden wir auch gleich machen und uns was anschauen. Da wissen wir alles. Im Rulebook haben wir jetzt die Basic Rules, ne, Entrance Master für Passport, wenn jetzt jemand keinen Passport, äh, keinen Pass haben sollte. Gehen wir hier hin, wählen das aus und zeigen auf den leeren Counter. Ähm, no Correlation jetzt, kein Wunder, es ist ja auch gerade keiner da, mit dem wir das verbinden könnten. Und alle Dokumente müssen natürlich aktuell sein, das ist klar. Hier kommen wir zurück, hier können wir dann nochmal die Karte aufschlagen, um zu schauen, ob auch die Pässe, das müssen wir jetzt nämlich wohl machen, auch in der richtigen Stadt ausgestellt wurden, ja. Es gibt nämlich, wie gesagt, Leute, die das fälschen. Und hier sehen wir nochmal, wie unsere, ach, wie nenne ich das denn jetzt, Booth, ähm, wie unsere, unsere Kammer, unsere Kabine funktioniert. No Upgrades installed, also keine Erweiterungen. Die können wir später für teuer Geld uns leisten, das werden wir auch. Da können wir nämlich mit dem Keyboard Shortcuts machen. Dann können wir mit Tab das hier auf und zu machen, sparen uns die Klicks, können das hier mit der Leertaste und später einfach nur Doppelklick. Und dann kann man der erweiterten Arbeit überhaupt Herr werden. Das wird nämlich nach und nach schwieriger. Okay, ähm, die Rules kenne ich, die Map nicht. Ich kenne die Staaten, die Städte überhaupt nicht. Das war auch immer, ich habe beim ersten Durchspielen irgendwann gesagt, mir sind die Städte jetzt egal, falls da jemand Einlass begehrt. Mit einer falschen Stadt ist mir das egal, das nehme ich in Kauf. Diesmal werde ich aber darauf achten. So, wir nehmen für heute unseren ersten Einlassbegehrenden vor. Papers, please. Antigria. Okay. Female, stimmt. Issued City. Antigria, Antigria, Antigria. Da. Outer Crowes. Stimmt. Ist noch aktuell. Sieht aus wie auf dem Foto. Alles überprüft. Sieht gut aus. Bin ich mal gespannt, ob das richtig war. Ja, sieht sehr gut aus. Nehmen wir hier wieder zurück. Hi, Papiere bitte. Antigria, kennen wir doch. Outer, Dings habe ich doch gerade gelesen, ne? Das stimmt, ja. Oh, der ist abgelaufen, der ist abgelaufen. Tut mir leid. Aber, darfst du hier leider nicht rein. Wie sieht das aus? Es ist abgelaufen. Oh, ja. Ja, 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 ja. Die Night, tut mir leid. Tschüss. Einfach noch einen Pass holen, ne? Gute Aufsteller sind, dann kommst du zurück. Guten Morgen. Ausweis bitte. Hannah aus Scoobies. Hallo, Hannah. Ach, da war ich ein bisschen voreilig. So, wo kommst du denn her, Hannah? Aus Aztotzka. Das ist schön. Da kommst du ja aus. Da komme ich auch her. So. Paradischnal. Ja, passt. Es ist approved. Viel Spaß. Ciao. Und so weiter. Alles gut. Oh, da haben wir doch einen Fehler gemacht. Invalid Issuing City. Ich hab schon richtig geguckt. Ich hab doch extra noch geguckt. Da mag ich die Zeitlupenwiederholung haben. Das gibt's ja wohl nicht. Ivan. Hallo. Aztotzka. Oh, wo noch? Kenn ich. Siehst aus wie auf dem Foto. Aktuell. Weiter. Finally. Yeah, yeah, yeah. Genau, hier steht, ähm, ja, Warnung, aber noch keine Bestrafung. Wie gesagt, zweimal darf man einen Fehler machen, dann ist aber auch gut. Antigria. Äh, Antigria, das sind wir doch schon. Oder Gross. Ach, das sollten wir uns einfach mal merken. Oder Gross kennen wir. Das ist Illenberger Logan. Ach, das ist der Name. Hallo, Logan. Äh, ist noch aktuell. Sieht aus wie auf dem Foto. Und bist ein Mann. Hoffe ich doch mal. Sehr gut. Nächster bitte. Morgen. Einmal den Ausweis, bitte. Dankeschön. Hallo. Äh, gut aussehender junger Mann. Sieht gelangweilt aus. Wenn ich eine schöne Zeit haben will, soll ich zum Pink-Weiß kommen in East Christine. Aber nein, junge Frau, ich bin verheiratet. Nun gut, schauen wir mal ihren Ausweis an. Ja, sieht gut aus. Pa-pa-pa-pa-pa-da-dich-na. Hammer. Pa-ra-dich-na. Ja, passt. Und willkommen. Schöne Zeit, die, ne? Ja. Es kommt, ja, es kommt da nicht vorbei. Es kommt da nicht vorbei, ne? Wenn das meine Frau rausfindet. Haha. So, hallo, Carson. Dein Ausweis ist aktuell. Du bist ein Mann. Du siehst zumindest so aus. Und kommst aus Obristan. Obristan ist... Oh, what the? Schnell. Mach doch was. Geh da hin über die Kranze. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah. Ah, schieß. 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 Oder nicht. Red doch mit ihm. Red doch mit ihm. Oh mein Gott. Red doch weg. Geh weg. Au. Aua. Ei. Da hättest du, wenn du ein bisschen zur Seite gegangen wärst. Hm. Wäre vielleicht gut gewesen. So, ey. What? Der Tag wurde abgekürzt durch. Eine Terroristenattacke. Das passiert immer am zweiten Tag. Ich hab jetzt noch so überrascht gemacht. Aber ich wusste, dass das passiert. Da schau dir, ne? Da schau dir. Ha. Da haben alle gesagt, oh. Jetzt haben sie den Egon-Sonder aber überrascht, ne? Ja? War gar nicht so. Schlafen. So. Einen Tag mach ich noch. Und dann ist diese Folge auch vorbei. Die dauert schon viel zu lang. Ich hab mir bei anderen Displayern abgeguckt, dass sie immer drei Tage machen. Und da ich fantasielos bin, mach ich das auch so. Terroristenattacke. Und jetzt, äh, ja, ja. Mehr, mehr Wachen. Mehr Sicherheit. Collegianer waren das anscheinend. Die bösen, bösen Collegianer. Da sehen wir schon viel mehr Wachen am Checkpoint. Alle Ausländer brauchen jetzt ein gültiges Entry-Ticket. Ein, ja, ein Zugangsticket. Ein Entry-Ticket. Wie heißt das? Eintrittskarte. Eine gültige Eintrittskarte, ne? Wir sollen natürlich überprüfen, dass da auch alles stimmt. Und das werden wir machen. Dankeschön. So, der nächste bitte. Schönen guten Morgen. Schöner Tag heute, ne? Papiere bitte. Hallo, Stefan. Bist du, ähm, ja. Es soll jetzt keine Beleidigung sein. Aber auf den ersten Moment hätte ich gedacht, dass du eine Frau bist. Aber es sieht so aus, als ob alles stimmt. Klar. So. Dein Eintrittskart ist gültig heute. Dein Ausweis auch noch. Kommt aus Republia. Aus Lesrendia. Regional Map. Wenn ich mir das nicht merke, habe ich ein Problem. Les Reni da. Les Rani da. Das stimmt. Sieht aus wie auf dem Foto. Herzlich Willkommen. Viel Spaß. Verursache keinen Ärger. Ciao. Pass auf, wenn du da vorbeiläufst, ne? Da ist viel Verkehr heute. Morgen. So. Impor. Du hast leider kein Ticket, ne? Das bräuchstest du. Aber hast du vielleicht eins dabei? Da ist es doch schon. Ja, man muss doch nur mit den Leuten reden, nicht wahr? So. Das ist gültig für heute. Dein Ausweis ist auch noch gültig. Bist du dein Mann? Siehst, äh, ja, doch aus wie auf dem, wie auf dem Ausweis. Und Impor. Wir brauchen die Karte von Impor. Das ist doch gar kein Problem. Das ist hier unten. Irgendwann kennen wir es auch auswendig zum Keido. Passt gut. Du kommst hier rein. Viel Spaß. Hier ist noch dein Ticket. Was gut, ne? So, der nächste bitte. Basic Rules. Guten Morgen. Hallo Ava. Das sieht aber lustig aus, dein Foto. Ah. Hallo. Haha. Wieder eine schöne Zeit hier, ne? Jaja, da sprichst du dich rum anscheinend. Aber nee, ich geh da nicht hin. So, F. Haihan aus Impor. Regional Map Impor. Haihan. Haihan stimmt. Dann sehe ich da keinen Grund, dass du nicht reinkommst. Wobei, fragen wir lieber nochmal, gucken wir lieber nochmal unser Ding. Matching Data. Sehr gut. Ja. Hast einen schönen Hut auf. Ja, der hat nur ein bisschen anders ausgesehen. So. Ask for Ava. Nein, da geh ich nicht hin. Wie gesagt, bin verheiratet. Ne? Ich hab die schönste Frau der Welt zu Haus. Morgen. Also nicht an sie gerichtet. Papiere bitte. Republia. Der Ticket ist für heute gültig. Das erfreut mich. Dein Ausweis ist auch. Oh. Oh, oh. Da steht Female. Ne? Da frage ich lieber mal nach. Sind sie ein Mann oder eine Frau. Da muss ich leider im Zweifelsfalle dich ablehnen. Das tut mir leid. Aber mein Chef ist da sehr streng. Na. Nächster bitte. Morgen. Ja. Haarausfall habe ich auch. Arzt Tosca. Du brauchst natürlich kein Entry Ticket. Paradigna. Stimmt natürlich. Ich vergewissere mich nur noch mal. Ich bin jetzt natürlich klar, dass Aristichna Paraparadigna Stimmt. Äh. Ja. Mail. Siehst auf sie auf dem Foto. Gültig ist es auch. Danke fürs Beischauen. Mach's gut. Tschüssi. Nächster bitte. Guten Morgen. So. United Federation. Da soll es schön sein. Ah. Da sehe ich doch gleich, dass dein Ticket für heute leider nicht gültig ist. Ich habe heute leider keinen Einlass für dich. Da wir da wieder irgendwie natürlich was sagen. Aber immer freundlich bleiben, ne. Sind auch nur Kunden, die vor ihren bösen Diktatoren in ihren Heimatländern fliehen. Und in unserem schönen demokratischen Land Einlass begehren. Guten Morgen. Der 25. Das stimmt. Ist auch gültig. Schingelten. Collegia. Das weiß ich noch. Der Name blieb mir hängen. Ich vergewissere mich nochmal. Oh nein. Collegia. Ich schütze sie. Schingelten. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Wie mache ich das jetzt? Discrepancy allerdings. Falsche Information. Da weiß er nichts davon. Aber ich. Tut mir leid. Da muss ich sie leider bitten zu gehen. Ist nicht persönlich gemeint. Aber ich muss sie halt machen. Was, ne. Guten Morgen. Hi. Los geht's. Heil an Arztotzkia. Das größte Land ever. Schön. Wenn ich dann bitte ihren Ausweis sehen könnte, dann wäre ich ihn sehr verbunden. Wo ist er denn? Ausweis. Arztotzkia ist doch so großartig, dass man da keinen Ausweis braucht. Nicht wahr? Doch, doch. Den braucht man. Ah. Ich verstehe. Dann komme ich nochmal. Ist okay. Ist okay. Bis später. Freue mich, sie dann wieder begrüßen zu dürfen. Guten Morgen. Einmal den Ausweis hätte ich gern. Der 25.11. Oh. Der Ausweis ist leider abgelaufen, so wie ich das sehe. Ich kann sie hier nicht reinlassen. Ich weiß, sie werden mir jetzt irgendwas vom Pferd erzählen. Ja, ja. Tippfehler. Klar. Tipp. Wenn einer hier Tippfehler macht, dann bin ich das in der Videobeschreibung. In jeder zweiten. Ich hoffe es auch, bei drei Wörtern fünf Tippfehler einzubauen. So. Dein Ticket ist gültig für heute. Oh. Da sehe ich auch wieder. Da stimmt doch das Geschlecht nicht. Oder? Ich meine, da wären sie ein sehr attraktiver Mann, junge Dame. Was bedeutet diese Frage? Ja, die Frage bedeutet, dass ich sie heute leider nicht reinlassen kann. Aber vielleicht klappt es ja nächstes Jahr. Machen Sie doch einfach wieder mit, wenn wir wieder Arostockas Next Top Immigrant suchen. Papers Papiere bitte. Hallo Nikolai. Nikolai Panzer. Das ist ja mal ein wohlklingender Name. Der leider sie nicht davor schützt, heute hier reinzukommen. Oh. Die Neid. Eigentlich fällt mir gerade auf, brauchen wir gar nicht diese Discrepancies hier auch highlighten. Das ging auch so. Wir können sie einfach so ablehnen. Das kommt erst später. Hätte ich da dran gedacht, hätten wir heute vielleicht sogar noch mehr Leute abfertigen können. Hm. Nun denn. Nichtsdestotrotz bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich freue mich darauf, euch das nächste Mal begrüßen zu dürfen, wenn ich dann kurz darauf eingehe, warum dieses Spiel so gut ist, wie es ist. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Egon Sonn.